Ja, jetzt spielen wir alles Glück mit den DoD Dudes. Ja, mach, mach, mach. Planet Express. Achso, für den Fall, dass ihr euch mal fragt, wie man die Klamotten wechseln kann. Ihr könnt einfach hier im Inventarmenü das auswählen, weil es irgendjemand gefragt hat. Ja, weil ich gefragt wurde, wie man die Klamotten wechseln kann im Inventarmenü am Anfang, wenn ihr in der Lobby seid. Entschuldigung? Ich du, ja. Komm, wir gehen, ja, zu vier, ja. Zu vier, zu vier. Ich wollte es, Bänder. Oh, yeah. Das sind alle raus. Oh mein Gott. Alle gegen Krieg und Kult. Wir sind ja schon draußen. In der Containerstadt wird es auch, achso, abgehen. Die könnten doch, äh... Ne, warte mal, das sind... Wo gehen die hin? In Containerdinger da. Egal. Ignorieren wir alles. Wir looten hier schön die Stadt und Augen, äh, Augen und Ohren auf. Da ist ein Auto, das ist schon mal gut. Äh, Säupel, wohin gehst du? Ja, hier. Wir sind ja alle hier drüben. Komm zu uns, bitte. Ja. Das sollt man gelandet erst mal am anderen Ende von Kriegopol. Da, wo alle anderen auch gelandet sind? Ich hab da wohl keine Lust auf uns. Hm. Hm. Das vielleicht nicht, aber ich... Dafür hab ich besseren Loot. Wieso? AKM, Sechsfach. Ja, Bison, Mikro-Uzi. Ey, du bist... Warte mal, Moment, Moment, Moment. Wo sind wir jetzt alle? Nimm einen Sechsfach für mich mit. Ich hab erst einen gefunden. Verbison. Hab ich auch schon. Hört auf, alles durchzusagen, was ihr findet. Sagt nur das durch, was ihr sucht. Sonst müssen wir uns alles anhören, was in allen Häusern liegt. Ja. Endlich. Ach, komm. Er tut sich schwer. Er tut sich schwer, es zu verschweigen, was er gefunden hat. Endlich. Ja. Ich könnte es lesen. Was denn? Im 24 oder sowas. Ja. Ja, ja. Gar nicht. Ja. Nimmt auf jeden Fall immer eine Smoke mit. Ja, wie wenn ich keine finde. Dann mach dich selber zu einer Granate. Oh, ein Rinderstatt geht voll ab. Ja, ja, das sind sau viele rausgesprungen. Das sind alle. Was ich aber nicht verstehe, weil der Loot ist doch da drüben schlechter als hier. Oh, wir müssen zu denen rüber. Shit, Auto, Auto, Auto. Wir brauchen eine. Vorne steht ein sehr, stimmt. Das machst du vor einer Auto. Aber wir looten noch weiter. Ich habe noch keinen Scope für meine DMR. Und ich habe auch nur eine Schrott-DMR bisher. Sagt, wenn jemand eine Erkrankung findet. Ich bin in meinem Haus unten. Äh, was ist, wenn ich eine hätte? Dann gibst du mir sie, oder? Ich bin ein Fahrrad. Oder du zählst in der kürzesten Zeit noch zu den lebenden Menschen. Oh, oh. Würde ich dir nicht raten, das mit mir zu verhandeln. Weil mein Magazin hat 100 irgendwas Treffer. Wenn ich einen Schuss, hat mehrere 100 Treffer. Ja, Extended Mac und, ähm. Nö, DBS. DBS in die Fress? DBS? Achso, ja, okay, alles klar. Naja, DBS. Ja, gut, aber da musst du nachhören. Bist du in deinem Haus für AKM, Seudberg? Das war mein Fehler. Ich bin aus dem Fenster. Was, ich bin in meinem Haus? Ja, keinem. Ja. Glück muss wechseln. Ich habe was Besseres gefunden, Eichel. Per AKM. Ey, bei mir im Haus liegt eine AKM. Ich bin schon bei meinem... Ich sein. Ey, ihr seid auf der anderen Seite von der Schall. Ich bin bei den Hochhäusern gelandet. Ja, wir auch, aber ich bin abgehauen. Okay, doch. Äh, da liegt eine M24. Ich spiele das jemand. Hol ich, hol ich, hol ich, hol ich, hol ich. Hol ich. In meinem Bike. Ich suche schön hier im Haus die AKM. Hab selber eine M24. Kann ich behalten. Hier bestimmt ist die AKM. Das ist echt. Ich brauche ein Scope. Es ist genau wie beim letzten Mal. Ich finde keine Scope. 4er Scope wird schon reich. Ich habe 4er. Natürlich finde ich, wenn ich jetzt falsch rausgehe, keine AKM. Ey, wir fahren nicht über die Brücke. Die Brücke ist zu gefährlich. Die wird so ultra... Da wird es so ultra abgehen. Das machen wir nicht. Wir fahren ähm... Außenrum, hä? Ja, wir fahren am besten... Äh... Wie wär's für über Mülltag? Obwohl wir können so fahren... Ne, die Brücke ist zu gefährlich. So irgendwie. Und dann hoch auf den Berg. Das wäre eine gute Idee, glaube ich. Aber dazu... Ich habe mein Fahrrad. Ich komme dann hinterher. Ich brauche aber ein Scope vorher noch. Weil wenn du auf den Berg bist mit dem 4er Scope, macht es dir nicht so viel Spaß. Crate. Ah, das kommt eine Crate. Vielleicht kann ich mir die unter den Nagel reißen. Ja, wo denn? Ich sehe sie nicht. Ich bin im Haus. Ich muss raus. SLR, SLR. Schottberg, hast du überhaupt noch irgendein Bruch, das ist hier für mich gefunden? Das liegt alles im Haus. Vierfach Visier ist im Haus. Oder auch unten. Brauchst du Munition für DBS? Bänder? Ne, ich habe gewechselt. Okay. Ja, hier alles. VSS Barrel... Lass... Schießt, wer schießt? Ich. Okay, alles klar. Wo bist du vierfach? Du musst da auch unten sein. Ganz oben auf deinem Dach ist auf jeden Fall ein Vierfach. Also, jetzt habe ich hier gelandet. Ja, jetzt habe ich hier gelandet. Hier landet. Gemma Pack nehme ich mit. Ja, hier ist eine. Ey, hier liegt 3er Weste. AKM, haufenweise. AKM habe ich schon. Evolver. Nehme ich. Okay, ich glaube, ich kann mich von der Vorstellung verabschieden, dass ich dieses 6er oder 8er Scope finde. Let's go. Let's break, let's go. Kann ich schreibe, ein Auto direkt vor mir. Ja, okay, dann schnapp das Auto und dann fahren wir so, wie ich es angezeigt habe. Ich glaube, das ist eine ganz gute Variante. Oh man, Gott, ich habe meine Smokes weggebrochen. Oh Gott. Ja, und mich anhoffen, ich habe... Ja, komm, wir haben noch genug Zeit. Einchen fest. Vor allem, wir sind hier noch an den 3 Häusern in der Zone. Stimmt eigentlich, wir könnten einfach... Ja, du hast recht, das ist eine gute Idee. Weißt du was, ich komme hier mit dem Motorrad. Dress, kannst du eigentlich das Motorrad zur Ducati umverwandeln? Ja. Kannst du das mir machen? Wo bist du? Ich komme gleich zu dir. Ja. Ich habe die, also ich habe dafür auch nicht bezahlt, ich habe die durch Zufall bekommen. Ich habe den Skin sofort bekommen und dann musste ich, ähm, dann musste ich nur, ähm, ziemlich viele BP-Points raushauen für den Skin. Autsch. Autsch. Ah, reißte, komm ich ja. BP oder diese Credits? Ne, BP. Jetzt machen wir die Parmigiano draus. Ducati Parmigiano. Das hat echt einen geilen Sound. Und die fährt auch echt besser als das normale Motorrad. Es ist so. Oh, wie die beschleunigt. Die ist, ohne Witz, also ich finde schon, das Ding ist besser, ja. Ey, die Ducati fahre ich. Goldrausch, oha. Direkt den schönsten Skin. Naja, der wäre schöner. Ich habe eine. Weiß jemand, wo dieser Geheimschüsselbunker da ist? Ja, ja, ich weiß, wo einer ist, aber die sind alle außerhalb, wo ich weiß. Der Falli dem her ist ja, wäre geil. Aber ist so selten wie, keine Ahnung was. Ich habe nicht mal, ich habe immer noch mal Viererskope, das gibt es nicht, ey. Egal. Das war unversehen. Das war, okay, war unversehen, alles klar. Boah, ich habe schon gedacht, der ist einer. Der ist, ein Bot. Der ist ein Bot. Und Adrenalin ist bei diesem Spiel besonders gut. Deshalb war es ein Probeschuss, um zu gucken, ob ihr auf Adrenalin seid. Ja, genau. Eier, ich will eine M24. Boah, ich will eine... Ah, Smoke, okay, zumindest mal eine Smoke. Das ist mal schon mal nicht schlecht. Ähm, Solberg, wo ist denn das Auto? Direkt vor dem Haus. Das holen wir uns jetzt und dann fahren wir so. Ja, wir müssen drüber jetzt. Und wo ist überhaupt dein Ducati? Hier bei meinem Marker. Danke Gott. Jetzt habe ich doch noch das Viererskope gefunden. Das Glückliche, ich muss mich mit einem Vierer rumplatten. Ey, aber ich habe 20 Häuser durchsucht dafür. So, jetzt... Ja, okay, ich habe aber eine SR, was hast du? Also, los geht's. Ich würde sagen, wir fahren... Gegen den Strom. Ja, gegen den Strom. Was ist es so? Woher fahrt ihr? Hier, so, fahrt man es so, wie ich es angemacht habe auf der Karte. Ja, warte kurz. Yo! Achso. Die Ducati. Ja. Ich höre noch was. Fontaineerstadt. Jetzt aufpassen, ey, das wird... Wow, das ist so knapp. So fährt man Ducati. Links, 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 links. Oder wo wollt ihr hin? Auf den Berg, auf den Berg, auf den Berg. Guck mal, wie die... Oha, 127. Wäre das normale Motorrad auch so schnell? Ja. Schon, ne? Ja, okay. Viele haben gesagt, die Ducati ist schneller. Hört sich schneller an, aber ich finde, die fährt... Die liegt auf der Straße wie so ein Brett. Das ist wirklich ein Unterschied. Weil das Motorrad... Ja, das macht die auch. Das Fatale an dem Motorrad ist ja eigentlich nicht, dass es irgendwie langsam ist oder sonst was. Nein, das Fatale ist, dass wenn du absteigst, stirbst du halt. Und das ist... Und das hast du bei dem Ding... Verstehen? Das hast du bei der... Bei der Ducati weniger als beim normalen Motorrad. Zumindest kommt es mir so vor. Aber die Ducati, die zieht... Die beschleunigt heftig. Okay, so, jetzt alle Ruhe und jetzt schauen wir mal, wo die ganzen Dudes sind. Hey, da unten steht irgendwie ein RBQP. Ja, habe ich schon gesehen. Bei uns am Berg oder was? Nein, da unten. Containerstadt. Wir könnten den... Die Reifenplatt schießen. Hat jemand einen Schally? Ja. Ich habe keinen Schally. Schieß die Reifenplatt. Mit dem Schally kannst du... Ich habe nur einen Compin. Ich habe nur einen Compin. Was hast du eigentlich, Schallys, heute? Da schießen die richtig. Die mehr. So. Ich gucke gerade, ob ich welche Ducati sehe. Ich habe... Hier doch, da sind richtig viele. Weil da hinten kriege ich... Da hinten sind welche. Aber ich sehe die nur so ungenau. Die habe ich schon markiert, Dirk. Da bleibt einer. Da ist einer. Wo? Es schießen nur Leute mit Schally jetzt erstmal, glaube ich. Ja, ich sehe, da kommt auch einer. Verdammt. Oh mein Gott. Der Bulle drop von der Mark 12. Oh mein Gott. Von der Minischau. Ich sehe den nur so schämhaft. Das sieht so aus, als wären das so kleine Kakerlaken oder Armeis. Pass auf jetzt. Also hier ist einer. Die Zone. Zone. Läuft erst in die Zone. Jaja, lass mal. Das sind ja 5 Kilometer bis darüber. Ja. Aber dass die Reifen platt sind, ist auf jeden Fall schon mal gut. Epo. Das ist so geil wie das... Also da unten hat es gerade geleuchtet. Da unten hat es gerade geleuchtet. So. Ich fahre hier den Bergbuckel rauf, damit wir nachher mit irgendeinem Auto abhauen können. Sehr gut, sehr gut. Hinter dem Haus ist einer. Auto, komm. Nein. Komm an Auto. Komm an Auto. Smoke? Wer hat Smoke geworfen? Hier unten. Hier unten. Ich sehe ihn nicht. Hä? Ist da ein Gegner? Na, Bender. Du hast die Smoke runtergeschmissen. Stimmt's? Nein. Ich habe keine Smoke. Noch eine, aber die habe ich hier gemacht. Hier ist einer auf dem Berg. Ja, hier vorne. Vor mir. Vor mir. Ich höre welche. Ah. Weg. 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 Ja, und was schießt da noch? Ich habe einen gerade platt gemacht. Da war noch einer. War das der Smoke-Typ? Schon, ne? Wahrscheinlich. Aber der hat Solo gespielt. Ja, das kann sein, ja. Also komm bei Lila ins Auto und dann ab durch die Mitte hier. Ja, schnell, bevor ich hier noch... Komm mit der Ducati. Lila, Lila, warte auf mich. Warte auf mich. Warte auf mich. Geht schnell, bevor das Auto runterrollt. Alter, die Ducati sieht geil aus. Was sollt ihr? Wo geht man hin? Oh mein Gott. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Komm schnell. Wohin jetzt? Wir gehen auf den Berg hier. Vier grüner Marker. Wir sehen uns drüben. Ah, da ist es. Wupsi. Bisschen. Wir müssen hier einfach bisschen mal. Wir sehen uns drüben. Ja. Aber fahr vorsichtig. Das hier so bist du ja. Boah, da vorne geht es ab. Vorsicht, Bänder, bei dir geht es ab. Ich weiß. Bei mir auch. Ich fahr nämlich mit Nitro. Ja, da unten. Boah, yeah. Da geht es ab. Okay. Boah, ich mache jetzt Frontflip. Ich mache jetzt Trackflip. Boah, direkt vor dir kommt eine Crate runter, Bänder. Boah, ey, ich habe, ey, ich mache, ey, das müsstest du eigentlich im Replay sehen, was ich gerade gemacht habe. Gegnerisches Team hier, ähm. Was? Ah, da kommt sie doch gut. Fahr nicht hin, fahr nicht hin. Fahr hoch, fahr einfach hoch. High Ground, High Ground zum Bänder, ja. Ey, bei mir ist einer. Wo? Oben auf der, oben auf der anderen Seite waren welche, auf der anderen Seite. Hier, ähm, grüner Marker. Ah. Direkt vor uns. Ja, in der Baum. Boah, auf der anderen Seite werde ich beschossen. Von der anderen Seite. Hinter, hinter, hinter den Stein hier. Hey, ach du, da unten sind welche. Da unten irgendwo. Scheiße, wir müssen weiter, äh, rein ins Auto, wir müssen weiter. Nimm die Ducati. Rein ins Auto, wir müssen warten. Ja, okay, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Ne, wir kriegen die Leute nicht gleichzeitig ins Auto rein, wir laufen. Crate. Ja, weiß nicht. Überall liegen Crates, hier liegt auch noch eine. Ich nehm, äh, ich nehm die neue. Alles klar. Gegnerisches Team pusht von links. Lila, Lila, sind wir hier schon? Lila. Täusch, gegnerisches Team. Lila, das krieg ich gleich zurück. Von links, komm, komm, komm von links. Vorsicht, komm von links, mein Marker. Was wird denn Chili haben? Grüner, grüner Marker. Das ist ne dem, ja. Fahrzeug. Neh mich. Buggy. Ich hör Buggy. Bro. Was? Stress. Hey, no pain, no gain, bro. Zwei Schüsse hat's gebraucht aus der P90. Ich hör immer noch. Die nehmen unser Auto. Die fahren mit unserem Auto. Das hab ich getan. Ne. Die haben rausgeschossen aus dem Auto. Ne. Steht, ach, geräuscht. Hier ist noch einer. Hier ist irgendwo noch einer. Grüner Marker, grüner Marker muss noch irgendeiner sein. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn auch nicht. Schieß. Buggy von hinten. Ja, das ist da hinten. Da hinten. Oder? Das ist hier oben. Buggy. Bei mir muss... Grüner Marker, Buggy. Oha. Ja. Ah, es ist das unübersichtlich hier gerade, ey. Zeit, pass auf. Wart mal, chillen, chillen, chillen. Erstmal Übersicht. Die schießen doch aufeinander. Die schießen doch nicht auf uns, ne? Wir müssen in die Zone. Weiter. Alle Mann weiter. In die Zone. Wir agilie, wo meinst du denn ist? Ich hab halt keine Munition mehr für die P90. Ich hab mich zu gelb und ich grün. Wir laufen weiter links. Und hinten höre ich mit dem R. Es ist wurscht, die schießen nicht auf uns. Die schießen nicht auf und die schießen auf irgendjemand anders. Deutsche Demokratische Republik, DDR. Das sind die einzigen, die am Schluss uns noch ein Problem machen können. Das sind die einzigen, die was drauf haben, glaube ich. Der DDR-Tude da. Der, wo ich plattgemacht hab, der war auch, glaube ich, DDR. Ja, ja. Ich glaub, wir haben von denen schon ein paar weggemacht. Der war halt AFK. DDR-AFK oder was? OMG-LOL. Nee, der war AFK away from the keyboard. OMG-LOL. So, okay. Hier können wir uns jetzt schön... Wo? Das ist verdächtigt. Orange und Amator. Sogar mit diesem Fisch-Dingsbums da. Echt, sogar mit Skin, Skin, Skin. Skin-Wagen, Skin-Wagen. Achtung. Aber das ist Kilometer weit außerhalb der Zone, Leute. Nee, ist es nicht. Shit. Aber direkt vor uns ist auch ein Buggy. Und da ist ein Ghillie hinter dem Stein. Da jetzt. Da müsste er jetzt sein. Hast ihn. Nein. Nein, nein. Irgendwas schießt auf uns? Von oben. Glaub ich. Ich sehe den Zweiermarker nicht. Wo ist der? Ghillie, läuft. Ghillie, läuft. Da hinten irgendwo. Ich... Auf der Berghupe. Grüner Marker auf der Berghupe oben. Kommt mal mit, kommt. Hey, vor uns ist es irgendwo noch. Bleib mal bald zusammen. Wir sind in der Zone erst mal. Ich habe irgendwie Angst damit von der Tür. Irgendwo. Ich will auf den Berg hier. Grüner Marker. Ich will auf den Berg. Moment, langsam, 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 langsam. Nicht zu hastig. Auf dem Berg ist niemand. Komm, wir pushen rüber zu dem Berg jetzt. Okay. Moment. Naeinander. Okay, jetzt haben wir High Ground. Jetzt können wir es so platt machen. Ja, viel Spaß. Wir dürfen wieder runter. Nee, nee. Wir müssen nicht in die Richtung. Das passt schon, Bender. Bleibt weg von der Kante. Die sollen sich gegenseitig... Moment. Das sind drei gegen drei, oder? Wie ist denn das? Vier gegen zwei, du. Kannst du nicht rechnen. Ah, du hast recht. Vier gegen zwei. Alles klar. Ja, pass, pass, pass. Wahrscheinlich Ghillie und Tattoo. Markieren, markieren. Wo ist... Wo sind die Gegner? Von hier aus müsste man sich so super sehen. Ey, wahrscheinlich sind die drüben in dem Haus drin. Weil die nur in dem Haus sind. Haus ist in der Zone. Shit, das ist ein Problem. Der Ghillie-Typ ist schon gleich hier. Echt, Ghillie-Streck? Schade. Ich hätte einen Flug drin, für mich hier zu werden. Konzentration jetzt. Konzentration. Oh shit, wir müssen über das Haus rüber. Wir müssen darüber pushen. Shit. Aber scheiße sind es die DDR-Typen, die noch übrig sind. Ja, ja, ja. Hat jemand C4? Die waren irgendwo da hinten. Die waren irgendwo da hinten. Hat jemand C4? Nein. Die DDR-Typen waren da hinten irgendwo. Reiß, mach mal langsamer, bitte. Scheiße, ich bin genockt. Er liegt hier am Berg. Lila, du kannst ihn von hinten wegknallen. Nice. Einer ist weg. Wir sind beide. Einer ist im Haus bei uns. Reichen? Blau. Der läuft jetzt auf das erste Haus. Ist hier bei mir. Ist hinter dem Haus. Jetzt links am Haus. Direkt vor mir. Er ist hier an der Kante. Ja, genau. Genau, an der Kante. Ich bin in der Zone. Ich bin in der Zone. Da hinten. Kannst du seine wiederholen? Äh, nee. Das wäre zu riskant. Und wenn ihr zu uns krabbelt? Ja, Lila, komm. Dress, du beobachtest ihn. Ich krabbel Richtung Lea. Lila. Seid ihr in der Zone, ihr zwei? Ich bin in der Zone. Ich bin in der Zone. Okay, alles klar. Ich bin in dem Busch hier. Machier ihn mal. Siehst du ihn noch? Nee, ich sehe ihn nicht mehr. Komm, hier bist du gedeckt. Wahrscheinlich ist er reingegangen. Da muss er raus aus dem Haus. Hast du, äh, erste Hilfe, Kit? Wenda, du beobachtest hier. Ja. Ja, hab ich. Smok nicht. Er könnte mich smoken. Müssen wir. Ja, okay. Schnell, schnell, schnell. Wenda, du beobachtest alles. Ja. Jetzt hat er gelitten, der Bro. Er hat die, er hat, er hat den Fehler gemacht, euch am Leben zu lassen. Das war nicht schlau, das stimmt, ja. Ist ein Jude, den, wo ich, wo ich hier genockt hab. Der muss doch noch irgendwo rumliegen. Der ist in dem Haus, der kommt jetzt gleich aus dem Haus raus und dann kann man das machen. Ich hab vorher einen genockt, ich hab vorher einen genockt. Der muss jetzt aus dem Haus raus. Da ist er. Ja. Wo ist die letzte Leiche? Jetzt muss ich den wieder so... Oh, mein Gott, meine Damen und Herren. Oh, mein Gott. Wir haben zwei Chicken, den er grad geholt. Jetzt darf ich den... Oh, mein Gott, jetzt... Ich muss dich heraufbespüren. Das war... Das war ein gutes Spiel. Ich lass ihn noch ein bisschen leiden. Ich lass ihn noch ein bisschen leiden. Ich lass ihn noch ein bisschen leiden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Falls ihr Lust auf sowas habt, meldet euch bei mir im Discord. Nein, kommt da mit dazu. Hier, hier, hier. Hier.